Wer schießt das schon wieder? Das ist sonnig, war wieder einer aus unserem Team. Na mach ich sowas. Auf einem von uns drauf gucken und den Spieler beitreten. Ah, da ist sozial. Da ist sozial. Spieler einladen, nee geht nicht. Guck mal in einem anderen. Ah, jetzt geht's hier. Bei dir geht's. Geht schon. Verbindung zum Haus kommt sie nicht fertig. Ja, wir haben noch mal anderem. Wie beim anderen. Er geht das pro Runde 3 abknallen oder pro... Dingens. Pro komplette Spiel. Oder das wird enden. Geht nicht. Ja, keine Ahnung was los ist. Versuch einfach nochmal. Pass auf bei G. Granate, Granate! Ey, die kommen bei B rein. Hinten rum. Durch links da. Durch links, genau. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Rechts, vorne, hinten, keiner... Boah, fast Ted abgeknallt. Boah ey, der hängt an der Scheune bei C. Der kleine Pissfehler ey. Was ist denn denn Pissfehler? Hinter dir? Ach ja, das ist ein anderer. Ja, hinter wem? Ja, der spielt hier anders mit. Und wo ist Jakob? Rausgeflogen. In Homohausen. Vorsicht bei B, Granate! Oh, zwei Leute ey. Einen Schuss in den Kopf habe ich hingegeben bei B jetzt. Ja, wir haben noch gewonnen. 100 Euro. Kann ich euch jetzt beitreten? Ne, ich muss leider warten. Vorräte, ich will mal diese anderen haben, diese ganz vielen Kisten. Notfall. Vorräte bereit! Oh, ey! Jetzt bin ich tot. Doppelgranate. Vorsicht! Ey, wer hat hier noch so einen Jagdpiloten? Crispy Chicken. Äh. Ey, wer zielend durch den Graben schleicht, ne? Der hat auch nicht alle Latten am Gerät. Am Apparat. Schmeiß der Pisser einfach eine Granate und trifft mich auch noch. Alter, vor unserem Typen läuft einer und die knallt sich beide nicht ab. Von hinten hat's da Marcel am liebsten, ey. So, ein bisschen trocken rein. Ohne Vaseline, natürlich ohne Vaseline. Die ganze Faust. Dankeschön, wer auch immer das grad war. Da steckt ja auch immer ein Seil für den Arsch. Das ist ja, damit's besser rutscht. Machst du das nicht? Sorry, egal wer das grad war. Ey, Alter, ich kotz ab. Wieso schießt du mich jedes Mafio-Homus? Ja, was hältst du dafür, wenn du hast es? Ey, Ted. Ich laufe, Ted. Ich spring nur um die Ecke, Ted. Schieß. Marcel, knallt mich so ab, weil ich vor ihm stehe. Ja, was hältst du denn dafür, wenn du vor mir stehst, jetzt ehrlich? Ja, ist doch klar. So, ich war da mal. Kevin heult immer rum, ey. Boah. Maus spielt, Ted. Ey, der liegt da neben der Kante bei B. Oh, die Granate fliegt da rein, Granate fliegt da rein, Vorsicht. Na, super. Ja, klar. Timo, ey, warum geh ich auch zu dir? Nicht bei E reingehen. Nicht bei B. Bei E. Mann, ich kenn kein E. Wie soll man mit euch Deppen spielen, Alter? Ey, bei F verliegen Waffen. Oh, pass auf, dass du bei Z nicht wieder hinkommst. Vier Gegner bei E, bei Z. Ey, wie soll man so, kann man gar nicht gewinnen. Ja, sollst du lieber mal das Alphabet studieren, oder? Wer hat da angefangen, Marcel? Was sagst du? Ja, ja, ja. Wer hat da angefangen? Du bist auch ein ganzer, ey. Ich bin in der Lernphase. Ich bin nur in der Lernphase. Boah, Hermine, ey. Du machst mich... Wer schießt da schon wieder? Ich... Das ist doch nicht wahr. Wieder einer aus unserem Team. Das kann doch nicht... Das kann doch einfach nicht wahr sein. Achso, ich hab gedacht, das war der Kevin. Ja, ja. Ja. Ist das ein kleiner Spacken bei AE? Ja, ja. Wir haben ja auch mal abgefuckt. Ich bin gerade von hinten gekommen. Wollte ich auch mal was probieren. Aber hab die Vaseline genommen. Tocken hatte ich ein bisschen Angst. Kevin trifft sich. Die Bombe. Ja, dich hoffentlich. Jungen? Jungen Fallschirmjäger, wir gehören die. Wie lange spielt sie jetzt noch? Eine Stunde, eineinhalb. Nein, zwölf Punkte. Wieso? Der eine ist rausgeflogen. Der hat mich schon zweimal abgeknallt. Der ist rausgeflogen, der Ticker. Jakob, du kannst joinen. Ja, genau. Wie soll ich das machen? Ja, ist Platz. So wie wir das eben erklärt haben. Verbindung zum Horst gar nicht hergestellt werden. Ah, das ist doch so ein kleiner Pisser bei A. Haben die trotzdem gewonnen. Ist aber jetzt fertig. Ja. Macht doch Bock. Da hat der Pisser noch einen Kill mehr geholt als ich. Glaub's ja nicht. Du Wichser. Ich hab eben extra den Kugel. Ich bin schon voll schnell gelaufen. Ah, das war eine Granate. Wenn's sich verleichtert. Mhm. Erleichter fällt gleich aufm Klo. Ach so, eine Sturzgeburt oder was? Herrscher, es geht schon. Ich hab richtig einen Kevin ins Klo kloppen. Auf dem Timo ins Klo kloppen hab ich keinen Bock mehr. Die stinken extrem, Alter. Und die kommen dann so schwierig raus. Oh, ich hab eine Kiste gekriegt. So. Warum? So. Ich hab gar nicht. Ich hab keine. Ich hab keine. Ich hab keine. Schöne.